halli hallo mein lieben freunde und herzlich willkommen zurück zu live in the woods minecraft ich bin der onkel und wieder mit am start ist der andy von lost in park ja und gerade wo er let's go gesagt hat angefangen zu geben als möchte ist uns jetzt kein schönes wetter bereiten so absichtlich gedenz voll verflogen total naja finden wir bei euch jetzt bei zahlen weiter dann liebe der liebe andy hat mir ein zäunchen gebastelt bezüglich was hat mir noch gestern marmor gegeben dass ich meinen zahlen gestalten kann weiß man kann und ach jetzt wisst ihr habt der vorgefälle gesehen warum erzähle ich das weil ich immer durcheinander kommen mit aufnahme und nicht aufnahme und weiß ich was wir während der aufnahme neben der aufnahme gemacht haben ja ich wüsste gerne wie ich den carpenters flower pot pflanzen kann flower power flower power aber das ist jetzt schiff das ist eigentlich mal so überhaupt nicht schön muss ich sagen ja es muss auch mal sein wenn ich jetzt was geplant ist okay das ist jetzt gerade noch hell oder was ja so zahlen fertig was finde irgendwie okay es braucht noch ein block erde drin ich finde aber trotzdem irgendwie ich muss das hier ein bisschen noch muss werden also richtig zu richtig sehen tut man das nicht wo jetzt hier das zentro ist deswegen muss ich das ganze anders machen als das andere ich werde ganz nass so eigentlich sollte es gefüllt sein was meinst du etwas redest du was meinst du von von dem flower pot muss ich extra noch mit erde füllen ja so so langsam wird hier ein schuh draus aus dem onkelzwerk ich weiß nicht ob man das so sinnbildig so richtig verstehen kann wie ich das so gemacht habe aber ja mal schauen vielleicht vielleicht erkennt wer die anekdote drauf sicherlich nicht deswegen sage es einfach ich habe keinen grünen daumen der vision die vision ja habe ich auch geiles spiel es ist es ist ziemlich lustig wenn man wenn man zu minimum zu zweit ist ja macht richtig laune ich sitze hier so im regen auf einem liegestuhl entspanne lehn mich zurück lausche der natur weißt du was mir jetzt fehlt kies muss wieder auf links gehen und muss kies holen kies da hätte ich auch noch was au ja aber ich müsste dann erst wieder zu dir laufen ich komme zu dir weil ich muss eh noch setzlinge holen die hätten wir ja vorhin vergessen so unter wasser kann mir der regen nichts anhaben da werde ich schon mal nicht über nein nicht mehr nass das manchmal so Blub, 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 blub. Zieh ich das ins Haus rum? Das ist ein Fisch. Tropical Fish. War immer einer. Hast du zufälligerweise auch noch Kohle einstecken? Weil das habe ich total vergessen. Das brauche ich ja auch noch. Ähm, ja. Ich zieh das ums Haus rum. Gute Idee. Ah, es sieht cool aus. Was meinst du? Mein Haus? Oder mein Zaun? Zaun. Mein Zaunhaus. Hauszaun. Ihm gefällt mein Haus nicht. Zieht scheiße aus. Aber es ist trocken. Hm, klaust doch. Hallo, wo sind Sie? Ich bin hier im Graben vorm Haus. Am Graben vorm Haus. Und ums Haus rum Gravel? Die Linie? Ne. Marble. Äh, also. Marble. Ja. Warte mal. Ich will jetzt mal gucken, wie es ausschaut. Oh, ja. Jetzt habe ich aber schon wieder. Egal. Erst mal. Tu es einfach in die Kiste rein. Ich hole es mir dann. Kann man denn jetzt schlafen? Ist es denn jetzt... Uah. Hi. Ne. Ich tue es dir einfach so hier in die Kiste mit rein. Oh, weiß. Meins. Was? Was? So. Ich habe ja noch ein heilloses Durcheinander in meinen Kisten. Vielen Dank für das Kieslisch. Oder warte. Für die Sachen, wo du große Menge hast, gebe ich dir noch schnell was. Hui. Erst mal abschütteln wieder. Oder 16. Ah, genau. Ich habe dir 10 Drawer mit reingelegt, ne? Drawer? Ja. Drawer. Drawer. Keine Ahnung, wie man die aussprechen sollte. Drawer. In der Kiste. Was denn Drawer? Storage Drawer. Oak Drawer. Und da kannst du dann... Da kannst du... Davon, wo du eine Menge hast, kannst du bis zu 16 Stacks reinhauen. In die jeweiligen Fächer. Also das in einer... Einem Block sind zwei Fächer. Ach, das hast du für uns versucht zu erklären. Okay. Und da kannst du die Sachen mit reinklatschen und hast du Lagerplatz und du siehst vorne dran, was drin ist. Ja, wo heißt denn das hin? Ich sehe das gar nicht. Kiste unten neben Kies. Ah, da. Okay. Sieht unscheinbar aus, oder? Mhm. Ach, man kann jetzt schlafen. Ich... Warte mal auf dich. Aber du kannst ja beim Cetus schlafen gehen oder so, ne? I'm still running to sleep. Keep, keeping. Keep, keeping. Keep, keeping. Keep, keeping. Erstmal nur die kuschelige Bettdecke. Halt, jetzt. Halt, jetzt. Hach. Genau. Warte, ich hab mir eine Tasche. Moment. Moment. Ja. 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 Cool. Bonsai. Und diese Zaunfetischisten hier. Wer hat denn eigentlich den weißen Block hier gebaut? Welchen weißen Block? Den neben dem Haus. Hä? Auf der kleinen, auf der kleinen Anhöhe. Neben dem Haus, auf der kleinen Anhöhe. Was? Ja. Siehst du den nicht? Äh, nö. Den Birkenholzkasten. Ach so, das ist die Frau von Cetus. Da hab ich auch schon ein Schild hinterlassen. Ah, die mich auch. Da hab ich auch schon ein Schild hinterlassen. Äh, hallo Frau von Cetus bin's. Eigentlich Freundin, nicht. Egal. Egal. Ist doch völlig egal. Oh, da war auch noch ein. Bin schwach mal hierher gekommen, aber ein Birkensitz klingel gewesen. Oh nein, ich treibe ab. Die Strömung ist zu stark. Schneller, schneller. Nein, nein. Lass mich nicht abtreiben, Junge. Junge. Das hat sich irgendwie ein bisschen falsch angehört, oder? Ähm. Moment. Lass mich kurz überlegen. Ja. Aber nur so ein bisschen. So, den müsst ihr rein. Ich weiß gar nicht. Warum ich die Büsche sammle. Eigentlich totaler Schwachsinn. Weil die werden sich in die Pflanzen, die waren bei mir in den Kisten verrotten, die Dinger. Hast du schon mal irgendwie so Blumen gesetzt, die jetzt wirklich, okay, die richtigen Blumen hier, die gelten da oder so, die würde ich setzen, aber der Rest ist eher jalumbisch. Nö, soweit eigentlich nicht. Bin gerade echt ein bisschen am Knöbeln. Brauche ich noch einen. Zack. Noch so einen dekorativen Flower Pot. Bisschen Deko da aufs Dach bringen. Eigentlich könnte ich ja mal... Halt hier doch nicht. Eigentlich könnte ich ja mal. Ja mal, ja mal. Ritter, ja mal. Sieht eigentlich recht okay aus. Es sieht ziemlich okay aus. Nur okay. Ich brauche noch ein bisschen mehr, ey. Ich baue mir ja mein Dings völlig zu. Meine Bude. Ich mache erst mal so auf Tine Schittler und verschandele die ganze Bude. Die Schittler. Die Dicke vom Bau. Ja. Du musst dir mal so eine... Wie heißt das? Schöner wohnen mit Tine Wittler, glaube ich, oder so? Mhm. Musst du dir mal das rückwärts angucken. Sonst siehst du eine fette Kuh, die dein schönes Zuhause in der Baustelle. Verwandelt. Okay. 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 So. Haben wir das mal ein bisschen umsortiert. Ich werde es mal so machen. Ich glaube, es ist... Es kommt schöner, wenn Wiese ist. Was brauche ich denn jetzt überhaupt noch? Ich brauche noch Marble, ne? Also hier, ähm... Ich komme ja nicht drauf. Wie heißt denn? Marmor. Marmor, genau. Marmor. Amor, Stein und Eisenbricht. Aber unser Käse nicht. Welcher Käse? Welchen meinst denn du? Es gibt keinen Fritsch. Schade. Die brauchen wir sowieso immer. So, okay. Kartoffeln und Salz. Kann man machen. Muss man aber nicht. Nee, ich muss... Ich muss da jetzt irgendwas anständig machen. Und ich gehe mal wieder auf die Marmor-Suche. Wie ich es verfluche. Die Marmor-Suche. Du hast doch einen ganzen Berg vor. Ja, ich will es schon. Ich muss aber trotzdem mal wieder dahin latschen. Und du wisst ja, unser Glück. Was passiert, wenn man sich dem Gebäude entfernt? Und man explodiert? Nein, es wird dunkel. Ah, okay. Oh, wo ist die Sonne? Wo ist die Sonne denn? Ah, über uns. Okay, dauert noch ein kleines bisschen. Kriege ich schon noch ein bisschen Marmel... Ähm... Marmor zusammen. Komm, ey. Marmor. Achso, ich brauche auch noch Kohle. Kohle ist vielleicht auch noch wichtig. Ähm... Das haben wir beide vergessen, ne? Die Kohle. Ich hatte ja Kohle. Achso, du hast doch welche Einstehen gehabt. Oder was? Ja. Toll, das ist ja Kohle. Mein Gott. Einmal mit Profis. Ja. Ja, bitte verpeilt halt, ne? Ja, du kennst uns ja. Marmor. Hm. Ich will Marmor. Irgendwas, was... Die kann ich ja zum Beispiel nicht mit reinklatschen. Ist auch lustig. Du redest in Rätseln. Du, als ich rede in Rätseln... Ich weiß. Okay. Na, dann ist ja gut, wenn du das weißt. Ich bin gefallen. Gefallen. Ja, nee, nee. Wie bist du da hochgekommen? Ich bin gefallen. Ich bin ein gefallener Engel. Pief. Pief. Pass auch nicht da rein. Paff. Puff. Nee, kein Lauf. Pum. Pum. Pats. Ist so ein Wender-Bonsai. Kleiner Bonsai. kommt hier noch einer und habe ich habe ich irgendwas davon dabei natürlich habe ich ein bisschen knochen dabei knochen knochen für die extraportion mehl okay kinder kinder knochen er stärkt die zähne so und jetzt und die bähne ja die auch brauchst du scharf glaubt nicht so doch jetzt ja dann lass doch für scharf scharf sein so dann gucken wir jetzt in was sie cool aus 1 wir schauen uns das ergebnis an ja es sieht eigentlich recht gut aus es sieht recht tomate aus die mut also ich finde man kann zu lassen falls ihr änderungswünsche habt also falls ihr wollt dass das anders gestaltet wird kommentare falls ja also falls die besseren vorschlag haben wie es wie es cool aussehen könnte immer reden in die kommentare ja immer rein mit allem einfach fett kann er ein pressen oder raus pressen das können wir tun voll ins gesicht wenn ich ein paar mal reden stecken noch klar ich werde das nächste mal anschließt bekommen von irgendjemand der hier noch auf dem server spiel ich hab mir so viele kippe schon zu finden gepflanzt warum sind die dann mache schild dran kaufte welche bei ikea oder bei 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 sag mir wie heißt der laden netto was hornbach nee nicht hornbach ja 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 ansonsten kaufst du bei praktiker kriegst du 20 prozent auf alles auf tiernahrung auf tiernahrung auch 20 prozent bei praktiker da war es still ja aber ich bin gerade zu hause angekommen wir können uns ins bettchen legen das wäre sehr schön mein gott vergehen die tage ja schnell ja wenn man spaß hat verkehrt die zeit wie im flugel ach das ist ja schon der part zu ende auch mann um ja leute auch mann um ja ich weiß es ist so schlimm ich habe zu wenig marmor geholt auch mann zu wenig freizeit das habe ich auch viel zu viel viel zu wenig freizeit viel zu viel zu tun in der freizeit limestone ich hatte gedacht ich hatte aber ich habe nur leider den falschen marmel egal so dann würde ich hier mit dem wunderschönen sonnenaufgang würde ich dann mal so sagen meisterst für die folge dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten mal wieder wenn es heißt minicraft live in der woods schönen und bj top und wir uns selber aufbauen wie auch immer armen tschüss tschüss Vielen Dank.